Die Halle 23, viel Action, viele sagen zu verkaufen, Kopfkissen, wie so Maschase-Dinge, Klamotten, Lederjacken, hier Leute, alles, können wir mal alles kaufen hier, ja, alles kaufen, Schuhe, können wir auch kaufen, so, Klamotten, alles hier. Leder-Tasche, also man kann alles hier kaufen, Jacken, alles hier, hier können auch Kaffee trinken, also alles Schnack-Schnack, kann man hier kaufen. Leder, in diesen Halle kannst du alles kaufen, Töpfware, Holzware, Räderware, alles, ja, alles Schnack-Schnack. Okay, das war's, Besuch von Halle 23, Leute, das war's, ja, jetzt komme ich zur Halle 22.